Freunde, willkommen zu einer neuen Folge Lucky Block Battle gegen Andy. Yeah, man! Und zwar haben wir heute die Lucky Block, die Lucky Blöcke vom Film Space Jam. Einmal hier die Bugs Bunny Lucky Blöcke, die sehen auf jeden Fall richtig cool aus. Yeah, man, die sehen richtig OP aus. Und dann haben wir einmal hier die Lola, ähm, ja, Lucky Blöcke, die sehen auch krass aus. Ja, die könnten auch heftig sein, ich hab keine Ahnung, welche ich nehmen soll. Ey, das hast du gar nicht zu entscheiden. Also, ich glaube, ich bin nicht diesmal dran, weil beim letzten Lucky Block Battle warst du dran. Aber erstmal, halli, hallo und willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal Dandy. Vergesst jetzt nicht, den Kanal zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren, damit du keine weiteren Videos mehr verpasst. Lass jetzt ein Like da, also einen Daumen nach oben und schreib in den Kommentar, dann blende ich dich im Video ein. Yeah! Also, ich glaube, ich nehme, ähm... Also, ich nehme die Lola, Lucky Blöcke, gefallen mir sehr. Ja, okay, dann nehme ich die Bugs Bunny Lucky Blöcke und ich würde sagen, möge das Battle beginnen. Let's go! Und ich habe schon irgendeine Orb, keine Ahnung, was ich damit machen kann. Äh, ooooh! Alter, was? Ich wurde instant gekillt und wegteleportiert. Alter, die gefallen mir richtig gut, die Lucky Blöcke. Oh mein Gott, also endet auf jeden Fall OP Lucky Blöcke. Am Ende gibt es ein Battle, Leute, also bleibt jetzt zum Schluss dran, damit ihr nicht diese coolen Lucky Blöcke verpasst. Alter, Andy, äh, der geht ab auf jeden Fall, keine Ahnung, let's go, Freunde. Wir haben auf jeden Fall einen Apfel, den essen wir. Wow! Alter! Ja, ich habe schon eine Rüstung, du nicht, du Loser. Ja, ja, ich komme gleich auch, so. Was haben wir hier? Self Boost Magic. Wow! Kann ich irgendwie Andy angreifen? Wow! Kann ich irgendwie Andy angreifen, Freunde? Let's go, Freunde! Wie lange geht eigentlich dieser Boost, den ich hier habe? Burst, not... Wow! Was ist das, Freunde? Ich habe keine Ahnung. Okay! Bam! Und ich habe jetzt wieder welche Äpfel, die werde ich später mal essen, Freunde. Wow! Wir haben schon eine X-60... Wow! Andy, was machst du da? Ja, ich habe schon einen super-duper-OP-Bogen. Ah, ha, ha! Okay, komm her! Du willst dich also mit mir anlegen? Nee, jetzt hör auf, Mann, Alter, das war nur Spaß. Ey, du hast eine komplette Rüstung, also bitte. Und... Zack! Ah! Du Loser! Ey! Oh nein, oh nein! Oh, ich sehe nichts! Oh mein Gott, was geht... Oh mein Gott! Andy ist auch stark, auf jeden Fall. Let's go, Freunde! Andy ist auf jeden Fall auch sehr stark, aber ich habe noch keine Rüstung. Oh Gott, wir haben Blöcke. Super! Oh, wir haben schon mal eine Schaufel. Wie viel Schaden hat die? Acht. Ja, das ist ja mega schlecht. Wow, mir ist übel! Ist die auch übel? Ja, Mann! Was geht die ab? Wow! Wow! Ich habe sechs Sekunden lang die Übelkeit. Oh mein Gott, Freunde. Was geht ab? Ah! Alles dreht sich. Oh Gott, noch vier Sekunden? Hä? Ist das wegen diesem Block hier? Was ist das wegen dir, Andy? Ich habe keine Ahnung. Let's go, Freunde. Wow! Mir ist wieder schlecht. Warum ist mir denn schlecht? Äh... Ich habe keine Ahnung, Freunde. Ich weiß nicht. Aber wir haben einen super, super OP-Schwert. Da geht's, Freunde. Let's go! Äh, ich bin schon wie weit. Alles so. Du weißt schon. Der Erste, der fertig ist, gewinnt. Äh, ja, ich weiß. Aber wir haben hier schon mal super, duper Schwert, Freunde. Yeah! Wir sind auf jeden Fall sehr stark. So, wieder solche Dinger. Die können wir später im Kampf benutzen. Dann... Das können wir auch irgendwie... Oh, wir haben jetzt nicht so krasse Sachen, ne? Also... Oh Gott, das Schwert ist schon krass. Können damit vielleicht... Keine Ahnung, was das für Blöcke sind. Äh... Ich habe ein Problem, glaube ich. Du hast kein Problem. Das ist nur ein Endermann. Den kannst du One-Hit mit deinem Bogen... Ja, reingelegt. Das sind meine Freunde. Hehehehe. Wir werden die gewinnen. Oh mein Gott, ich habe nicht mal eine Rüstung, Alter. Okay, jetzt habe ich eine Hose. Yeah! Let's go! Lächerlich. Ich werde gewinnen. Das werden wir sehen. Okay, wir haben... Oh mein Gott, die Schaufel hat ja schon sehr viel Schaden. Aber das Problem ist, wir haben zwar starke Waffen, Freunde. Aber das Problem, wir können zwar Endy vielleicht damit One-Hitnen. Aber er kann uns auch One-Hitnen, weil wir halt keine krasse Rüstung haben. Das ist das Problem. Deswegen noch haben wir nicht gewonnen. Ah, okay. Wir haben ja irgendwie schon mal Endy überholt. Keine Ahnung, was er da gerade macht. Ist auch egal, Freunde. Holz könnten wir eventuell gebrauchen. Keine Ahnung. Nehmen wir mit. Wow! Wow! Okay, das ist nicht so stark. Ah, Mann, das nervt. Ich muss mal ganz einfach mal den Metall leeren, weil ich so viele krasse Sachen habe. Was? Oh mein Gott, Endy. Okay, let's go weiter. Oh! Brunnen endlich. Let's go. Gib uns. Yeah! Damit können wir rein gar nichts machen. Oh mein Gott. Was macht Endy da? Mach mal den Lucky Block auf Endy. Ja, so ein Stern, Alter. Wow! Nice! Wow! Alter, was geht denn bei Endy ab? Ich hätte doch lieber die anderen Lucky Blöcke. Wow! Yeah, Freunde. Das erste Piece. Das erste Teil haben wir schon mal. Perfekt. Wieder so ein Helm. Wow! Schau! Was geht denn bei Endy ab? Okay. Let's go. Zack. Okay. Wir haben auf jeden Fall Äpfel. Das ist gut. Was geht denn da ab, Alter? Wollen wir uns mal rüber bauen? Ich baue mich mal rüber zu Endy. Let's go, Freunde. Let's go. Und dann wollen wir mal. Oh! Endy rauf! Geh weg, Alter. Das ist meine Seite. Oh! Oh Gott. Endy, ich helfe dir. Ich helfe dir. Ich besiege die. Und hole mir die Sachen, die mir eigentlich zustehen. Ey, Mann, das sind meine Sachen rauf. Warte, Endy, ich hole dich da raus. Ey, auf, Mann, Alter. Das sind meine Sachen. Oh! Oh, das ist überall ein Gegner. Danke, aber jetzt geh. Und weg mit ihm. Hat er was gedroppt? Auf jeden Fall haben wir ein paar Sachen hier bekommen. Ey, jetzt geh auf deine Seite, Mann, Alter. Das sind meine Sachen. Okay, ich geh auf meine Seite. Du Spielverderber. Und zack. Hopp. Und. Bam, bam. Und bam. So, wir brauchen weiter Rüstungsteile, Freunde. Haben wir gerade einen Drachen einbekommen? Oh mein Gott, einfach einen Drachen einbekommen. Let's go. Ich hole dich auf, Endy. Ja, oh mein Gott. Ich bekomme ja schon. Okay. Let's go, Freunde. Wir haben auch wieder Endy eingeholt. Diese Wolle müssen wir loswerden. So. Wir haben ein Jetpack? Was? Leute, wir haben ein Jetpack, oder? Ja. Wir haben ein Jetpack. Was, Junge, Alter? Deine Blöcke sind ja richtig OP. Chill mal. Deine Blöcke sind auch krass. Okay. Let's go. Wieder so ein Schwert bekommen. Oh. Was ist das denn für ein Ball? Wir haben Herzen bekommen. Warte. Wegen dem hier? Warte mal ganz kurz. Ja. Wegen dem hier. Wenn wir das Inventar haben, Freunde, dann kriegen wir schon mal extra Herzen. Okay, das ist krass. Okay, Freunde. Let's go. Weiter geht's. Oh. Die Schaufel haben wir aber schon bekommen. Oh nein. Wir haben einfach keine Rüstungsteile. Wenn wir keine Rüstungsteile bekommen, dann wird das richtig knapp für uns werden, Freunde. Äh, Mann, Alter. Ich kann jetzt auch bald fliegen. Okay, Andy kann auch bald anscheinend fliegen, aber wir holen hier auf, Freunde. Äh, wir werfen mal ein paar Sachen hier weg. Zack, zack. Was brauchen wir nicht? Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir auch nicht. Das auch nicht. Weg mit dem ganzen Crap hier. So. Ah, oh mein Gott, Freunde. Das wusste ich gar nicht. Die Textronen haben wir einfach nicht geladen. Let's go, Freunde. Können wir das nehmen? Nein. Wo geht das nicht? Oh. Ja, ich werde gewinnen. Du weißt, Alter, wie krass. Oh, Andy, was hast du für ein krass Schwert? Warte, kannst du mich damit erreichen? Oh, du kannst mich damit hitten. Ja, Mann, Alter, damit werde ich gewinnen. Haha. Oh mein Gott, Freunde, let's go. Andy hat auf jeden Fall auch krass. Dieses Battle wird auf jeden Fall ein bisschen entspannter als das letzte. Oh, TNT, guck mal, Andy, Andy. Oh. Alter, was geht bei dir? Oh mein Gott, wir hatten einfach Pech mit dem Block. Oh mein Gott. Krass. Das war heftig. Was ist das denn? OP Lucky Magic. Oh. Du hast einfach gegessen, hab jetzt voll viele Effekte. Wow. Wow, wieder TNT. Alter, was geht bei dir ab? Oh mein Gott, Freunde, ich will einfach unsichtbar keinen blassen Schimmer, was hier abgeht. Okay, weiter geht's. Andy, let's go. Wir sind gleich hier fertig. Alter, Andy hat einfach... Was, Andy hat einfach ein Pferd? Das brauche ich nicht, Alter, weg da. So, weiter geht's. Oh, Andy, Eier einfach. Okay, let's go, Freunde. Alter, krasses Lucky Block Battle auf jeden Fall. Gefällt mir, bist du sehr gut. Wir können auch mal... Oh mein Gott, wie viele Herzen wir haben. Alter Schwede. So. Oh, ich hab den Superbogen. Oh mein Gott, Andy, du hast gar keine Chance. Ich hab auch einen Superbogen. Freu dich nicht zu früh. Ja, ich glaub, weiß ja nicht, Freunde. Ich hab auf jeden Fall auch krasse Sachen, so. Let's go. Andy hat aber auch krasse Sachen. Wow. Was haben wir denn für Blöcke? Keine Ahnung. Wir machen mal alles hier kaputt. Let's go. Und das Battle möge beginnen, Andy. Ich bin auf jeden Fall erster. Du... Ja, du Loser. Ich bin erster. Ich bin erster. Ich bin erster. Was? Wow. Okay, ich komme, ich komme, ich komme. Ich helfe dir. Wo ist die Kiste? Wo ist die Kiste? Ey, das ist meins. Hör auf, Mann. Oh, ich hab's noch nicht bekommen. Ich glaub, ich... Das ist die Kiste, glaub ich. Oder? Keine Ahnung. Ich hab... Oder? Oh, ich hab einen Lucky Block bekommen. Ey, mein A, geh weg. Oh, Times up. Keine Ahnung. Ich hab auf jeden Fall einen Lucky Block von dir bekommen. Den werde ich mal aufmachen. Und ich hab ein süßes Kästchen bekommen. Oh mein Gott. Aber ich hab gewonnen, weil ich schon. Ich kann mir einen Item aus dem Momentar wählen. Oh, Mann. Das ist natürlich nicht sehr nice. Okay, Freunde. Andy kann sich also ein Inventar auswählen. Okay, Andy. Dann, äh, sag mal von 1 bis 9 eine Nummer. Ich nehm deine zweite Seite. Wow, meine zweite Seite. Mein super OP-Bogen. Ha, ha, ha. Ich hab gewonnen. He, he, he. Oh mein Gott. Er hat meinen super Bogen. Okay. Aber hältst du auch meine super Hose aus? Let's go ab da unten, Freunde. Let's go. Sterbt alle. Ich bin super OP. Okay, Freunde. Möge das Battle beginne. Ich esse einfach jetzt alle Äpfel, die ich habe, Freunde. Let's go. Ja, ich werde eh gewinnen mit deinem Bogen, den du mir geben musstest. Ich weiß ja nicht, Freunde. Also meine Sachen sind auf jeden Fall mega stark. Okay. Bist du bereit? Ich bin bereit. Let's go. Was geht hier ab? Oh, wie viel Schaden macht das Schwert? Oh, es geht ab. Oh mein Gott, Andy, du Loser. Du hast gegen mein super duper Schwert verloren. Ey, Revanche, Revanche. Warum hast du eigentlich deinen Bogen benutzt? Warte, lass es nochmal machen, okay? Okay, wir können es nochmal machen, wenn du magst. Mir egal. Da kommt auch Andy wieder. Okay, dann nochmal. Let's go. Und, oh, okay, der macht Schaden. Let's go. Aber du kannst dich mal treffen. Triff doch mal. Ja, du bewegst dich halt. Oh mein Gott, ich bin einfach viel zu OP. Was bin ich eigentlich? Die Hose ist einfach viel zu stark, Freunde. Du kannst gar nichts gegen mich machen. Guck mal, ich bin einfach viel zu stark. Oh, du hast mich weg teleportiert. Jetzt habe ich hier einen Winner-Effekt, glaube ich. Oh mein Gott. Andy, du hast aber gar keine Chance. Guck mal, zack. Ah, ich kann dich nicht anhitten. Ich kann dich nicht anhitten. Oh mein Gott. Alter. Ich glaube, ich habe mich besiegt, oder? Ich glaube schon, Freunde. Ich glaube, wir sind einfach viel zu stark. Und ich habe so viele Effekte. Was geht ab? Okay, dann ziehen wir mal diese Hose aus, Freunde. Ist viel zu OP. Also, Freunde. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr mehr sehen wollt, mehr Lucky Block, dann lasst ein Like da. Abonniert den Kanal. Ich muss hier gerade von Andy wegrennen. Wirft gerade so mit Tränken. Abonniert, Andy. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Tschüss. Tschüss.